Die Hochflurstraßenbahnwagen Moin! Willkommen in Mainz! In diesem Video geht es um die Hochflurstraßenbahnwagen der Baureihe M8C. Die dreiteiligen Triebwagen wurden 1984 von Düwack hergestellt. Die Baureihenbezeichnung M steht dabei für Meterspur und es sind achtachsige Fahrzeuge mit Chopper-Steuerung. Ein Triebwagen nähert sich der Haltestelle Kisselberg. Ein Blick in den hinteren Führerstand. Ursprünglich konnten die Fahrscheine hier beim Fahrpersonal gekauft werden. Heute haben die Fahrzeuge Automaten an Bord. Hier sieht man die Einstiegsstufen. Die Fahrzeuge Automaten an Bord. Die Fahrzeuge Automaten an Bord. Hier sieht man die Fahrzeuge. Hier sieht man die Fahrzeuge. Hier sieht man die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge Automaten an Bord.. Hier sieht man die Fahrzeuge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF So fahren wir ein Stück in Richtung Finden, bis zur Haltestelle 4 Morgenweg. Beim Haltepunkt Mainz Waggonfabrik liegen die Gleise der Straßenbahn direkt neben der Bahnstrecke von Mainz nach Aalzey. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Straßenbahnstrecke wechselt hier in die Mittellage der Straße. Die Waggonfabrik gehörte den Gebrüdern Gastel. Später wurde sie Bestandteil der Firma Westwaggon. Heute werden die Gebäude von verschiedenen Betrieben genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jahrhundert absolutely Damit sag ich für heute tschüß und bis zum nächsten Mal! Ich bin froh, dass ich mich für heute tschüß und bis zum nächsten Mal!